prima jetzt habe ich komplett vergessen zu gucken ob der speicherplatz ausreicht nein hat nicht ausgereicht deswegen gibt es jetzt ein zweites video das ist vom gröbel das ist neuer ding auch super schön zu bekommen peppermint romantika heute muss auch hier von rosenthal adenlaine mal wenn sie ja königin louis also mir gefällt dass du glaubt ich gut schadern dass Rosina Wartmeister, da ist auch nicht mehr viel da. Und hier geht es weiter, Rubino mit schönen großen Tassen. My Whale Paloma Picasso Montserrat. Und das komplette Geschirr, was ihr hier seht in den Videos, findet ihr im Online-Shop. www.porzelankeller.de Ihr könnt oben in die Suchleiste, das ist das mit der Lupe, da könnt ihr euer suchtes Geschirr eintragen. Oder ihr könnt natürlich auch gucken, welche Tortenplatten wir hier haben, welche Kaffeetassen. Und da ist das mit der Lupe, die Gelenplatte und den Laufenden, die Gelenplatte und die Gelenplatte, die Gelenplatte und die Gelenplatte und die Gelenplatte und die Gelenplatte. botanika ist natürlich ein geschäft haben wir immer wieder was dann das kaufe ich immer wieder wenn ich irgendwo bekommen sehr guten zustand also es 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Die eventuell von Ines, die allerdings meistens im Homeoffice arbeitet, aber aktuell auch von Marie, meine Tochter, die hier ein Praktikum macht in den Ferien. Die Besteckabteilung. Und hier geht es in die Abteilung Älterer. Die Abteilung Älterer. Das ist eine Wiese wie Burgenland. Und Fasan natürlich. Summer Day. Da haben wir die großen Frühstückstassen nochmal reinbekommen. Das sind auch zunächst Seiten. Das ist eine Wiese wie Burgenland. Und ganz kurz in die Abteilung. Wir wissen nicht wohin damit. Schwupps, wieder weg. Ja, genau. Das ist unser aktueller Bestand. Ja, guckt doch einfach mal in den Shop rein. Und hinterlässt mir auch bitte, bitte gerne ein Like oder einen Kommentar. Oder sagt einfach, was ihr sehen wollt. Oder fragt uns. Das geht sowohl über WhatsApp als auch über E-Mail, Nachrichten, Telefon. Alles möglich. Tschüss und noch einen schönen Tag für euch.